Meine Familie kommt aus Russland. Ich stamme aus Spanien und studiere hier Maschinenbau, Spanisch-Deutsch. Mein Fach ist International Business Administration. Studierende aus mehr als 70 Ländern sind hier eingeschrieben. In kleinen Gruppen werde ich praxisnah und mit internationaler Orientierung auf meine Karriere vorbereitet. Mein Name ist Daniel. Und ich bin Susanne. Und wir studieren an der Frankfurt University of Blind Sciences. Und ich bin Susanne.